Ja, liebe Brüder und die Schwestern, die vielleicht zugucken oder sich das Video angucken, keine Ahnung. Auf jeden Fall hier vor Ort sind nur Brüder heute. Das macht aber nichts. Wir sind im dritten Buch Mose, Kapitel 11. Letzte Woche hat der Pastor Chris uns schon mal eingeführt in das ganze Thema der reinen und unreinen Tiere. Und das ist nur der Anfang von rein und unrein, was die nächsten Kapitel hier, womit die nächsten Kapitel befasst sind, rein und unrein, eigentlich bis Kapitel 15 einschließlich. Und Gott nimmt sich also viel Zeit für dieses Thema, seinem Volk ganz explizit, ganz intensiv zu lehren. Und ja, wir glauben daran, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Rechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig ist, ausgerüstet ist für jedes gute Werk. Und so dient auch diese Schrift, dieses Thema, was eigentlich so weit weg von uns scheinbar ist. Scheinbar. Wir kennen das ganze Thema reines und unreines Essen, kennen wir. Es beschäftigt uns intensiv bis heute. Wir haben eine intensiv ausgefeilte Lebensmittelhygiene. Da wird extrem drauf geachtet. Es gibt viele Regeln und Gesetze zu diesem Thema in unserem Land. Das hat natürlich alles nichts mit unserem Verhältnis zu Gott zu tun zuerst einmal. Denn wir sind ja ein säkularer Staat. Das heißt, unsere Gesetze sind nicht zuerst im Hinblick darauf formuliert, ob unsere Beziehung zu Gott richtig ist oder nicht. Nur am Rande ist das sozusagen Thema, wenn am Anfang des Grundgesetzes gesagt wird, dass dieses Gesetz in der Verantwortung vor Gott und den Menschen verfasst wurde. Das Gesetz Gottes aber, das befasst sich natürlich intensiv mit dem Verhältnis zwischen Gott und Mensch. Das Gesetz, was Gott seinem Volk Israel gegeben hat. Und das ganze Thema mit den Priestern und ihren Opfern führte dahin, dass die Priester, Söhne Nadab und Abihu, Opfer dargebracht haben, die Gott nicht wohlgefällig waren, weil sie es nicht so dargebracht haben, wie Gott es wollte, wie Gott es geboten hatte. Sie haben gegen Gottes Wort gehandelt. Und das sagt Gott hier, ein ganz wichtiger Vers in 3. Mose 10, Vers 3, als die beiden Priestersöhne im Feuer umgekommen sind, im Feuer des Zornes Gottes. Dies ist es, was der Herr geredet hat, bei denen, die mir nahen, will ich geheiligt und vor dem ganzen Volk will ich verheiligt werden. Und was bedeutet dieses Wort heiligen? Das ist so ein schwieriges Wort, so schwierig zu verstehen. Am Anfang meines Christenlebens, als ich so angefangen habe, irgendwie erste Schritte im Glauben zu machen, wo ich mich für Jesus interessiert habe, so als ganz junger Spund, da habe ich, weiß ich noch ganz genau, auf einer Freizeit habe ich mal die Frage gestellt, was heißt denn eigentlich heilig? Und die, die da schon zum Glauben gekommen waren, die hatten das gar nicht so leicht, mir das im Einzelnen zu erklären. Und es ist auch gar nicht so einfach zu erklären. Wir sprechen davon, dass es übersetzt bedeutet abgesondert. Es heißt aber mehr als einfach nur abgesondert. Ein Aussätziger wurde auch abgesondert und war alles andere als heilig. Er war unrein, er war nicht rein. Und wir sehen im Kapitel 10, am späteren, in Vers 10, dass die Priester unterscheiden sollten zwischen dem Heiligen und Unheiligen, zwischen dem Reinen und Unreinen. Und da sehen wir, dass die Begriffe heilig und rein zusammengehören und unheilig und unrein gehören auch zusammen. Das Wort rein hat ja was mit sauber zu tun. Reinheit hat was mit Sauberkeit zu tun. Es ist sauber, es ist rein. Es ist unverfälscht. Es ist unverdorben. Und da kommen wir der Sache auf, die Schliche. Das Verdorbene ist krank. Das Unreine ist dreckig, verdreckt. Und dieser Dreck bewirkt, dass eine Sache, dass sie krank wird und vergeht, vergänglich ist. Also es hat was mit dem Tod zu tun, mit Krankheit und Tod. Und in der Bibel wird uns von Anfang an ganz klar gelehrt, wo der Tod seine Ursache hat. Seine eigentliche Ursache. In der Trennung von Gott, der das Leben ist. In der Sünde des Menschen. Als Menschen sind wir getrennt von Gott. Und sind vergänglich. Wir sind vergänglich, weil etwas in uns ist, was verderblich ist. Was verderben mit sich bringt. Etwas Unreines. Etwas Unheiliges. Demgegenüber haben wir aber auch etwas Heiliges in uns. Das Leben, dass wir Leben haben. Dass Gott uns Leben gegeben hat. Ja, und Gott erhält uns auch das Leben. Er lässt unsere Zellen sich immer wieder erneuern. Das ist irgendwie ein ganz wunderbarer Prozess. Die Zellen, sie bestehen nicht für immer. Irgendwann haben sie ihren Dienst getan. Irgendwann verderben sie, vergehen sie. Aber sie werden ersetzt durch neue Zellen. Das ist ein Prozess, der sich in unserem Körper abspielt, ohne dass wir das so richtig mitbekommen. Ganz irre Geschichte eigentlich. Und da sehen wir die Kraft des Lebens Gottes in uns wirken, der uns ja geschaffen hat. Der uns auch am Leben erhält. Der unser Leben will. Auf der anderen Seite die Kraft des Verderbens, die in uns ist. Durch die Sünde, die in uns wohnt. Die in uns herrscht, die in uns regiert. Und so ist unser Leib, unser sterblicher Leib, vergänglich. Das ist eigentlich unrein. Verdorben. Aber mit dem Körper, da kommen wir noch später zu, was Gott dann auch zum Thema Körper sagt und Unreinheiten des Körpers. Aber was die Priester tun sollten, sie sollten unterscheiden zwischen unheilig und heilig, unrein und rein. Weil Gott geheiligt werden will und das bedeutet, dass ihm die Ehre zukommen soll, als dem Heiligen, dem reinen Gott, der der unvergänglich ist, unverdorben. Das ist das Wesen und Charakter Gottes, ewiges Leben. Unverfälscht, unverdorben, rein, heilig. Dazu gehören auch seine Charaktereigenschaften, Güte, Treue, Liebe, Geduld. Gott ist gut und alles Gute kommt von ihm und nichts Böses ist in ihm. Unverfälscht ist er. Und wenn wir also Gott nahen wollen, dann sollen wir ihn heiligen. Was bedeutet das? Ihn als das verehren, was er ist. Der heilige Gott, der nicht unverfälscht, nicht unrein ist, sondern rein. Und das bedeutet, wenn er etwas spricht, wenn er von uns etwas möchte, wenn er uns ein Gebot gibt, dass wir uns daran halten. Das ist die richtige Art, Gott zu heiligen, dass wir sein Wort ernst nehmen. Dass wir ihm den Platz geben, der ihm gebührt. Abgesondert von all dem Unreinen und dem Verdorbenen in dieser Welt. Auch abgesondert von meinem eigenen unreinen Willen und meinem eigenen unreinen Fleisch. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehen. So heilige ich Gott, wenn ich ihm nahe. Wenn ich nicht mich selbst auf den Thron setze, sondern ihm, der dieser Platz gebührt. Und jetzt gibt Gott, wie gesagt, seinem Volk noch viele andere Gebote in Bezug darauf, dass sie ein heiliges Leben führen sollen. Und der Schlüsselvers hier in Kapitel 11 ist eigentlich der in Vers Moment, ich muss es erstmal finden. Der ist in Vers 44 zu finden. Ne, 45. Ne, 44. 44 und 45. Denn ich bin der Herr, euer Gott. So heiligt euch und seid heilig. Denn ich bin heilig. Und ihr sollt euch selbst nicht unrein machen. Vers 45. Denn ich bin der Herr, der euch aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, um euer Gott zu sein. So sollt ihr heilig sein, denn ich bin heilig. Gott sagt, ich habe euch zu meinem Volk gemacht. Ich habe euch erlöst. Ich habe euch errettet. Das ist die Grundlage unseres Bundes. Meine Errettung. Und ich bin ein heiliger Gott. Und ihr sollt auch so sein. Deswegen sollt ihr euch heiligen und heilig sein. Das eine spricht von einem Prozess, das andere von einem Zustand. Heiligt euch ist dieser Prozess, nicht mehr unheilig zu sein, nicht mehr unrein und verdorben, sondern sich zu reinigen, sich abzusondern, damit man dann in einem Zustand der Heiligkeit lebt. Denn ich bin heilig. Ich bin der heilige Gott und ich möchte mit euch Gemeinschaft haben. Aber Gott macht sich nicht unrein und begibt sich in die Gemeinschaft der Unreinen, dadurch, dass er sich selber unrein macht. Nein, er sagt uns unreinen, ihr dürft in meine Reinheit hineinkommen. Dafür sollt und müsst ihr aber rein werden und rein sein. Und diese ganzen Gebote haben also da ihr Ziel, dass das Volk Israel lernt zu unterscheiden. Es gibt reines und unreines, heiliges und unheiliges. Und Gott möchte, dass wir ein heiliges Leben führen, abgesondert. Und hier der besondere Hintergrund ist im Grunde die Absonderung von der Lebensweise der anderen Völker, die nicht Gottes Volk sind, die nicht Gott, Yahweh, verherrlichen als den Schöpfer, als den König, sondern die andere Götter haben, die andere Götter anbeten, die sich selbst am Ende anbeten, die Sklaven der Sünde sind und dem Fürsten dieser Welt huldigen. Gott möchte, dass sein Volk sich heiligt und heilig ist. Ist das etwas, was im Neuen Testament immer noch Relevanz hat? Ja! 1. Petrus 1, Vers 16 wird dieser Vers 44 zitiert. Simon Petrus, der olle Fischer, der zum Menschenfischer, ja zum Hirten geworden ist. Denn Jesus hatte ja dem Fischer gesagt, hey, hör mal auf zu fischen, du sollst jetzt meine Schafe hüten. Du sollst zum Hirten werden. Und Petrus ist zum Hirten geworden und hat einen wunderbaren Hirtenbrief geschrieben. 1. Petrus Und da steht in Kapitel 1, Vers 15 Ne, ich fange mal an, Vers 13 Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Die Hoffnung auf die Gnade setzen. Nicht auf meine Werke, nicht auf meine Fähigkeiten. Da bin ich total verloren, wenn ich auf mich selber schaue. Ich meine, ich schaffe das schon. Das ist etwas, was Gott seinem Volk durch die Gebote letztendlich auch vor Augen geführt hat. Paulus sagt, das Gesetz ist ein Erzieher auf Christus hin, weil es dem Volk eigentlich vor Augen führt. Wir brauchen einen Erlöser. Die Opfer zeigen das. Wenn du gegen das sündigst oder gegen das sündigst, dann sollst du ein Opfer darbringen. Und wir sehen auch in diesen ganzen Reinheitsgeboten, dass Gott die ganze Zeit auch davon spricht, ja, wenn du dann doch was Unreines anfasst, wenn du dich dann doch verunreinigst, ja, dann sollst du das und das machen, damit du wieder gereinigt wirst. Also, die Israeliten wussten, wir werden kein reines, heiliges Leben führen. Wir schaffen das nicht. Wir brauchen Gnade. Wir brauchen Gottes Gnade, dass er uns hilft, dass er uns rettet, dass er uns heraushilft aus unserer Unreinheit, aus unserer Unheiligkeit. Wir brauchen Gnade. Und Petrus sagt, in Jesus Christus ist uns, ist die Gnade und Wahrheit geworden, sagt Johannes, der Jünger. Also, setzt deine Hoffnung völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Offenbarung Jesu Christi. Und das ist Nüchternheit. Nüchtern ist, klar zu sehen, ich werde es nicht alleine schaffen. Ich werde es nicht aus mir heraus schaffen. Ich brauche Gnade. Ich brauche die Gnade Jesu Christi, damit ich vor Gott bestehen kann, damit ich Gemeinschaft mit Gott haben kann. Aber hier steht auch noch etwas anderes. Vers 14, als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten. Die Gnade soll nicht missverstanden werden, als Freibrief. Ja, jetzt habe ich Gnade bekommen, dann kann ich ja auch sündigen weiterhin. Ist ja alles vergeben, ist ja alles Gnade, ist ja alles Schwamm drüber. Nein, ich bin zu einem Kind des Gehorsams geworden. Gott hat mich durch Jesus zu einem Kind des Gehorsams gemacht. Ich gehöre jetzt ihm und deswegen gehorche ich ihm. Ich höre auf ihn. Ich heilige Gott in meinem Herzen, dadurch, dass ich sein Wort für mich persönlich ernst nehme und annehme und dem folge. Ich kann das nicht in Perfektion tun. Aber von Herzen möchte ich das und von Herzen tue ich es auch durch die Kraft des Heiligen Geistes, aus der Gnade heraus, die er mir schenkt und mir Gelingen schenkt darin, ihm gehorsam zu sein. Aber ich passe mich nicht den Begierden an. Das ist eine Kraft, die ja immer noch in uns wirksam ist, durch den alten Menschen, durch das Fleisch. Die Begierden ziehen immer noch. Da ist immer noch ein Sog. Aber durch Gottes Kraft, durch seinen Heiligen Geist, kann und soll ich widerstehen. Er will mir auch Gelingen und Gnade darin schenken, Widerstand zu leisten und den Begierden nicht mehr zu folgen. Früher war ich unwissend. Da habe ich das gar nicht gecheckt, dass ich eigentlich ein Gefangener war. Hin und her gerissen von meinen Begierden, von meinen Lüsten, von meinen Wünschen. Sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Was bedeutet das? Das bedeutet, Gottes Wesen und Charakter zu entsprechen. Ich als sein Kind übernehme dieselbe Herzenshaltung wie mein Vater. Dadurch, dass ich ihn erkannt habe, dass er mir die Augen geöffnet hat, wie liebevoll, wie gnädig, wie barmherzig, wie geduldig er ist, wie treu, wie am Rhein auch, habe ich eine große Sehnsucht in mir. Ja, ich möchte so werden wie mein Papa. Und dieses Wort, seid auch ihr heilig in eurem ganzen Wandel, kann in beide Richtungen übersetzt werden. Es kann übersetzt werden im Sinne von werdet heilig oder seid heilig. Und es gehört beides auch zusammen. Heilig zu sein bedeutet, in Christus zu sein, an Christus zu glauben, an sein Erlösungswerk zu glauben, ihm die Ehre darüber zu geben, wie wir das hier tun im Abendmahl. Du hast all meine Sünde getilgt. Ich glaube das. Ich vertraue dir, dass du meine Sünde getilgt hast. Dadurch bin ich heilig. Aber es ist auch dieses Werdet heilig. Ja, ich strecke mich danach aus, dass die Kraft des Heiligen Geistes noch mehr Raum in mir gewinnt. Ich demütige mich und bekenne meine Sünde und lasse mich davon reinigen. Ich höre auf, ein Image darzustellen, dass ich alles im Griff habe, dass ich alles drauf habe, dass ich es selber schaffe. Nein, ich bekenne, ich schaffe es nicht. Ich brauche die Hilfe Gottes und ich strecke mich danach aus. Die Kraft seines Heiligen Geistes. Und in der Kraft widerstehe ich der Begierde, widerstehe ich der Versuchung. Und geführt und geleitet durch den Heiligen Geist tue ich gute Werke. So seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Also nicht nur partiell, nicht nur, wenn ich in die Gemeinde komme oder wenn ich am Sonntag in der Gemeinde bin oder am Mittwoch in der Gemeinde bin. Sondern im ganzen Wandel. Jeden Tag. Morgens bis abends. Abends bis morgens. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Und hier zitiert Petrus diesen Vers 44 aus dem dritten Buch Mose. Hat für Petrus das dritte Buch Mose eine wichtige Bedeutung gehabt? Ja. Hat es für die ersten Christen eine besondere Bedeutung gehabt? Ja. Obwohl wir letztes Mal gehört haben, Chris hat das natürlich richtig gepredigt, die ganzen Speisevorschriften für uns in dieser Form nicht mehr gelten. So bleibt aber der Inhalt bestehen, ja, Gott will, dass wir heilig sind, dass wir rein sind und dass wir uns von dem Unreinen und Unheiligen lösen. Dass wir uns davon fernhalten. Dass wir es nicht in uns aufnehmen. Dass wir uns nicht davon nähren. Das Unreine soll nicht die Nahrung unserer Seele sein, sondern das reine, unverfälschte Brot des Lebens. Gehen wir mal zurück zum dritten Buch Mose, Kapitel 11. Und ich will einfach mal nur diese Verse jetzt hier nochmal vorlesen, ab Vers 24, wir haben ja bis 23 gelesen. und hier wird sozusagen noch zusätzlicher, es wurde ja vorher ganz genau beschrieben, welche Tiere unrein sind und welche nicht. Als unrein wird auch bezeichnet, oder das als andere Bezeichnung wird etwas Abscheuliches, ein Gräuel. Etwas, wovor du dich ekelst. Gibt es irgendwelches Essen, wovor du dich ekelst? Ja, ich kenne sowas. Das finde ich eklig. Da siehst du irgendwas und du denkst, da kriege ich aber irgendwie komische Wirkreize. Was weiß ich, was es in manchen Esskulturen so alles gibt, was man essen kann. Das möchte ich glaube ich nicht essen. Das verabscheue ich. Das ist abscheulich. So sagt Gott auch. Das sind die Dinge, die du eklig finden sollst. Gott sagt nicht, das was du eklig findest soll unrein sein, sondern das was ich dir erkläre, was eklig ist, das sollst du als eklig empfinden. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Es gibt Dinge, von denen Gott sagt, das ist in meinen Augen eklig. Und wir sagen, für mich ist das gar nicht eklig, ich finde das gar nicht eklig. Ich habe doch gar kein Problem mit. Gott, warum hast du ein Problem damit. Und manchmal erklärt Gott uns das und manchmal auch nicht, wie wir hier in Kapitel 11 sehen, er erklärt es im Einzelnen nicht, warum er das eklig findet, beziehungsweise möchte, dass das Volk Gottes diese Tiere, die Speise, die Nahrung eklig finden soll. Aber vieles erklärt er uns in seinem Wort. Und teilweise sind wir ja Menschen so schlau, dass wir irgendwann tatsächlich auf diese tolle Idee kommen, herauszufinden, ja das, was da steht, was da eklig ist, das hat durchaus seinen Hintergrund. Wenn hier die ganze Zeit davon die Rede ist, dass du das Aas nicht essen sollst oder nicht anfassen sollst, dann hat das einen total guten Hintergrund, was Infektionen angeht, was Krankheiten angeht. Das Unreine ist tatsächlich auch krank und macht krank, bis in den Körper hinein. Und es ist tatsächlich so, unsere Kinder lernen von uns schon früh, wenn sie ganz klein sind, wenn wir ihnen das Essen beibringen, dann und sie nehmen ja alles in den Mund, am Anfang, als kleine Babys nehmen die Kinder alles im Mund, mein kleiner Sohn, der hat frisch eine Sandkiste auf dem Balkon stehen, frischen Sand reingepackt und mit Wonne sind sie da rein und der war dann ein Jahr oder anderthalb oder so oder zwei war da und dann hat er den Sand genommen und der fand ihn so klasse und hat den Sand gegessen lecker und wir haben es auch geschehen lassen weil der Sand ganz frisch war wenn wenn wir aber auf dem Spielplatz waren da haben wir dann schon gesagt nee nee das lass mal bitte bleiben das ist eklig da ist ekliges Zeugs drin in dem Sand das lass mal lieber bleiben und wir lehren unsere Kinder nein das ist eklig bäh 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 na und so sagt Gott auch hier bäh das ist eklig abscheulich verabscheuen sollen wir es nicht essen das sollst du nicht essen das sollst du noch nicht mal berühren noch nicht mal anfassen fass das nicht an alles Dinge die wir unseren Kindern zeigen nahe legen also Gott macht das hier auch in Vers 24 lese ich mal weiter und durch diese werdet ihr euch unrein machen jeder der ihr Aas berührt wird unrein sein bis zum Abend und jeder der von ihrem Aas etwas trägt soll seine Kleider waschen und wird bis zum Abend unrein sein hier kommen jetzt noch zusätzliche Regeln rein die Berührungen und das Tragen von Aas macht unrein bis zum Abend das ist so eine Kurz Quarantäne im Grunde und Kleider waschen also waschen spielt auch eine große Rolle wenn es um Unreinheit geht Wasser reinigt den Körper aber hier ist es sozusagen auch ein Symbol für die Reinigung von dem Unreinen was uns auch in die Reinheit in der Beziehung zu Gott wieder hineinführt für jedes Tier das gespaltene Hufe aber nicht wirklich aufgespaltene Hufe hat und nicht wieder keut gilt unrein sollen sie euch sein jeder der sie berührt wird unrein sein ist jetzt so ein bisschen die Frage ob hier tatsächlich damit gemeint ist dass bestimmte Tiere lebende Tiere nicht angefasst werden sollen eigentlich wird in dem ganzen Kapitel nur davon gesprochen dass die Totentiere sozusagen nicht angefasst werden sollen aber es kann auch sein dass es hier tatsächlich gilt dass es die unreinen Tiere noch nicht mal berührt werden dürfen und alles was auf seinen Tatzen geht unter allem geht hier das auf Vieren geht sie sollen euch unrein sein jeder der ihr aß berührt wird unrein sein bis zum Abend also Bären und sowas und wer ihr aß trägt soll seine Kleider waschen und wird bis zum Abend unrein sein unrein sollen sie euch sein und diese sollen euch unrein sein unter dem Gewimmel das auf der Erde wimmelt der Maulwurf und die Springmaus und die Eidechse nach ihrer Art und die Anaka und der Koach und die Leta und der Homet und das Chamäleon die anderen Tiere die kennen wir hier gar nicht so im Einzelnen lassen sich schwer zuordneter Weise diese sollen euch unrein sein unter allem Kleingetieren jeder der sie berührt wenn sie tot sind wird bis zum Abend unrein sein und alles worauf eines von ihnen fällt wenn sie tot sind wird unrein sein jetzt geht es nicht nur um die Tiere und zwar um die toten Tiere wir werden noch sehen das sind nicht einfach nur Tiere die jetzt gerade getötet wurden sondern das sind Tiere die verendet sind die gestorben sind anhand einer bösen Krankheit oder die von einem anderen Tier getötet wurden vielleicht angefressen wurden und dann liegen gelassen wurden ein typischer Leichnam sozusagen da sollst du nicht rangehen das sollst du nicht anfassen das sollst du nicht tragen aber wenn jetzt ein totes Tier auf etwas drauf fällt auf eine Sache dann ist das auch unrein und alles worauf eines von ihnen fällt wenn sie tot sind wird unrein sein jedes Holzgerät oder ein Kleid oder Fell oder Sack jedes Gerät womit eine Arbeit verrichtet wird es soll ins Wasser getan werden und wird bis zum Abend unrein sein dann wird es rein sein also da sind Gegenstände die werden kontaminiert und was sollen sie dann gemacht werden sie sollen gereinigt werden ins Wasser gepackt werden den ganzen Tag lang und dann ist es wieder rein so wie wir das doch auch machen teilweise oder Gott hat das schon seinem Volk so nahe gebracht und jedes Tongefäß in das eines von ihnen hineinfällt alles was darin ist wird unrein sein und das Gefäß sollt ihr zerbrechen von aller Speise die gegessen wird auf die solches Wasser kommt gilt sie wird unrein sein und alles Getränk das getrunken wird wird unrein sein in jedem solchen Gefäß also wenn da irgendwo in so ein Tongefäß eine tote Maus reingefallen ist und ertrunken ist in so einem Wasserkrug dann sollst du das Wasser nicht trinken dann sollst du tatsächlich um die Reinheit zu wahren dieses Tongefäß zerstören soll nicht mehr benutzt werden mach dir ein neues Gefäß aber es ist doch schade drum ach Gott so genau müssen wir das doch nicht nehmen und dann wissen wir es wieder besser als Gott weil wir ja den finanziellen Schaden fürchten oder weil uns das Gefäß vielleicht so eine persönliche Bedeutung gewonnen hat in unserem Leben ich mag das nicht wegschmeißen das ist so schade drum Gott sagt schmeiß es weg es ist unrein es ist verdorben es kontaminiert schmeiß es weg mach es kaputt von aller Speise die gegessen wird das wird unrein sein das was getrunken wird ist unrein und alles worauf etwas von ihrem Aas fällt wird unrein sein Ofen und Herd sollen niedergerissen werden unrein sind sie unrein sollen sie euch sein doch Quelle und Zisterne Wasserbehälter werden rein sein wer aber das Aas darin berührt wird unrein sein das spricht davon wenn du eine Quelle hast die immer wieder erneuert wo das Wasser sich erneuert das wird nicht unrein nein die Quelle des Wassers des lebendigen Wassers es reinigt die Unreinheit aber das Aas selber ist unrein das sollst du nicht berühren wenn von ihrem Aas etwas auf irgendwelche Saat fällt die gesät wird ist sie rein wenn aber Wasser auf den Samen getan wurde und es fällt von ihrem Aas etwas auf ihn soll er euch unrein sein also wenn das wenn die Saat schon am Aufquellen ist wird sozusagen das Leben wachgerufen in so einem Samenkorn wenn du das Samenkorn so aufbewahrst ist es trocken und haltbar ist unverdorben aber wenn es anfängt zu quillen dann musst du es ja hinein begeben in die Erde und dann soll es wachsen und dann ist es kontaminierbar sagt Gott ja also macht das unterscheide da und wenn eins von dem Vieh stirbt das euch zur Nahrung dient wer sein Aas berührt wird bis zum Abend unrein sein also die die olle Kuh ist gestorben ja dann kannst du sie nicht mehr schlachten wer sein Aas berührt wird bis zum Abend unrein sein und wer von seinem Aas isst soll seine Kleider waschen und wird bis zum Abend unrein sein wer dessen Aas trägt soll seine Kleider waschen und wird bis zum Abend unrein sein also es ist nicht damit gemeint wenn du eine Kuh schlachtest dann ist sie ja auch tot darfst sie dann auch nicht anfassen doch das ist natürlich nicht gemeint ein frisch geschlachtetes Tier ist in dem Sinne kein Aas sondern ist Fleisch zum Verzehr geeignet frisches Fleisch aber da du damals keine Kühlvorrichtungen hattest war Fleisch natürlich auch sehr schnell verdorben und deswegen war es so wichtig dass das Fleisch frisch war von der Schlachtung unverdorben rein aus hygienischen Gründen aber Gott hat es seinem Volk so nah gebracht dass er gesagt hat das ist für mich wichtig tu es für mich das Volk konnte das noch nicht verstehen hat diese Einsicht nicht gehabt sie haben Gott hat kein Medizinstudium mit den Israeliten gemacht sondern er hat es auf eine schlichte Art und Weise gemacht wie es jedes Kind verstehen kann das ist lecker das ist so kannst jedes Kind verstehen jeder mit jedem Intellekt Gott nimmt auf jeden Rücksicht du musst nicht erst ein guter Medizinstudent sein oder sonst ein gebildeter Kerl um gesund leben zu können im Volk Israel Gott macht es ganz einfach das ist lecker das ist gut macht das vertrau mir mach es für mich ich bin heilig ich bin rein mach das auch so wie ich und so ist vieles Geschwister so ist vieles in Gottes Wort wo wir vielleicht Gott rechtet ja mit uns und erklärt uns viele Dinge und viele Dinge sind sehr logisch die Gott uns gebietet die Gott uns zeigt wenn es um heiliges um gutes Leben geht das was gut ist was böses wir verstehen das aber im letzten verstehen wir so manches nicht wir verstehen nicht immer alles ich verstehe Gott nicht immer aber das was Gott mir hier nahe legt ist hey aber vertrau mir doch auch da wo du mich nicht verstehst da vertrau mir doch einfach dass das was ich gut nenne auch gut ist und was ich böse nenne dass das böse ist er sagt weiter wer von seinem Aas isst soll seine Kleider waschen und wird bis zum Abend unrein sein und wer dessen Aas trägt soll seine Kleider waschen und wird bis zum Abend unrein sein und alles Kleingetier das auf der Erde wimmelt ist etwas abscheuliches es soll nicht gegessen werden alles was auf dem Bauch kriecht und alles was auf den vieren geht bis zu allem vierfüßigen von allem Kleingetier das auf der Erde wimmelt ihr sollt sie nicht essen denn etwas abscheuliches ist es und jetzt die wichtigen Verse macht euch selbst nicht zu etwas abscheulichem durch all das wimmelnde Kleingetier und macht euch nicht unrein durch sie sodass ihr dadurch unrein werdet Gott sagt hier du kannst dich selber unrein machen indem du die Unreinheit die Verdorbenheit dieser Welt an dich heranlässt dich damit in Verbindung setzt das in dich hinein tust und dadurch machst du dich selber unrein und bist dann unrein das eine ist die Handlung das andere ist der Zustand dann wenn du das abscheuliche dich mit dem abscheulichen verbindest wenn du das in dich hinein tust dann wirst du selber zu etwas abscheulichem zu etwas ekligem wo Gott sagt der heilige reine unverdorbene Gott sagt dann boah denn ich bin der Herr euer Gott so heiligt euch und seid heilig denn ich bin heilig und ihr sollt euch selbst nicht unrein machen durch all das Kleingetier das sich auf der Erde regt denn ich bin der Herr der euch aus dem Land Ägypten herauf geführt hat ich habe euch aus dieser abscheulichen Nation mit ihren abscheulichen Götzen mit ihrem abscheulichen Verhalten habe ich euch herausgerettet damit ihr ein heiliges Volk seid damit ihr gereinigt seid denn ich bin der Herr der euch aus dem Land Ägypten herauf geführt hat um euch Gott zu sein so sollt ihr heilig sein denn ich bin heilig das ist das Gesetz betreffs des Viehs und des betreffs der Lebewesen das sich im Wasser regt und von jedem Wesen das auf der Erde wimmelt um zu unterscheiden zwischen dem Unreinen und dem Reinen und dem Getier das gegessen wird und dem Getier das nicht gegessen werden soll Vers 46 und 47 sozusagen die nachträglich gegebene Überschrift oder Zusammenfassung oder Inhaltsangabe von dem ganzen Kapitel Lass uns einmal ins Neue Testament nochmal gehen und zwar möchte wenn ihr euch tiefer mit dem ganzen Thema befassen wollt lest mal im ersten Korintherbrief das Kapitel 8 und in Kapitel 10 Vers 14 bis 31 da erzählt Paulus ganz viel zum Thema Essen denn das war in der griechischen Kultur auch ein Problem und das Problem war nicht so sehr das Thema reine und unreine Tiere denn das hat tatsächlich Gott gesagt das ist nicht mehr das Thema Jesus hat das gelehrt in Markus 7 könnt ihr das nachlesen sagt Jesus nicht das was in den Menschen hineingeht das Essen was er isst das macht ihn unrein sondern das was aus ihm herauskommt aus seinem Herzen sein Herz sein unreines Herz macht ihn unrein und all das was ihn dazu treibt aus seinem Inneren unreine Dinge zu tun das ist das was den Menschen unrein macht mach sein Herz rein mach sein innerstes rein dann wird auch das rein sein was aus ihm heraus kommt sagt Jesus und Paulus bestätigt das in Römer 14 und das lasst uns nochmal aufschlagen Römer 14 da geht es Paulus auch um das Essen und Trinken und er sagt hier so ganz zentrale Verse zum Beispiel in Vers 14 ich weiß und bin überzeugt in dem Herrn Jesus dass nichts an sich unrein ist nur dem der etwas als gemein ansieht oder als unrein ansieht dem ist es unrein nichts an sich ist unrein sondern das was jemals als unrein ansieht dem ist es unrein Jesus sagt Paulus sagt aber auch in Vers Vers 6 Wer den Tag beachtet beachtet ihn dem Herrn und wer ist ist dem Herrn denn er sagt Gott Dank und wer nicht ist ist dem Herrn nicht und sagt Gott Dank das hatten wir letztes Mal gesehen ein ganz wichtiges Kriterium für uns was für uns wichtig ist bei unserem Essen und Trinken ist dass wir Gott Dank sagen über das Essen unser Essen wird gereinigt geheiligt durch Dankbarkeit hier das unreine Herz macht unsere Speise unrein wenn wir es in uns hinein schlingen und undankbar dabei sind meinen das hat keinen Bezug zu Gott unser Essen nein was wir auch tun unser Essen ist etwas was wir zu Gottes Ehre tun das steht in 1. Korinther 10 Vers 31 ein paar Seiten weiter Paulus sagt ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut tut alles zur Ehre Gottes das heißt mein Essen und mein Trinken soll heilig sein ich soll mich als heilig erweisen als ein heiliges Kind Gottes dadurch dass ich Gott danke wenn ich esse und trinke nicht einfach über Gott hinweg gehen sondern bei jedem Essen mich daran erinnern so hat es Jesus auch gemacht sie haben Jesus daran erkannt an dieser Geste dass er das Brot gebrochen hat und Gott gedankt hat und es dann geteilt hat zwei Dinge also nicht nur Gott danken sondern das Essen teilen das ist heiliges Leben das ist Gott wohlgefälliges Leben da tue ich das für den Herrn und gebe ihm Ehre mit meinem Essen und Trinken Paulus geht aber in Römer 14 auch darauf ein dass es für manche eben Unterschiede gibt beim Essen dass sie Unterschiede machen dass sie auch ein schlechtes Gewissen haben in Bezug auf das Essen heute ist es vielleicht nicht mehr so sehr für uns als Christen das ganze Thema der Speise Gebote obwohl das auch immer wieder Thema ist es gibt immer wieder irgendwelche besonderen Religionsgruppen die dann sagen nee wir müssen doch diese ganzen Gebote halten und Paulus sagt wisst ihr was für die die ein Problem mit bestimmten Speisen ich kann mich anpassen ich habe die volle Freiheit in Jesus dazu mich anzupassen ich muss nicht meine Freiheit ausleben und alles das essen was ich gerne essen will wenn ich jemanden an der Seite habe der ein großes Problem mit hat und als er nach Jerusalem gepilgert ist da hat er ganz selbstverständlich sich eingefügt untergeordnet sich an die Vorschriften gehalten die 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 Speise Vorschriften gehalten selbstverständlich um seine jüdischen Brüder und Schwestern für das Evangelium zu gewinnen hatte er die Freiheit zu verzichten er sagt in Römer 14 sogar ja es haben manche das Problem damit ja das Fleisch ist oft den Götzen geopfert und ich weiß wenn ich das auf dem Markt kaufe weiß ich nicht ob das ein Fleisch ist was den Götzen geopfert wurde das ist verbunden mit Götzendienst ich will nichts mit Götzendienst zu tun haben ich möchte mich damit nicht verunreinigen Paulus sagt im Glauben bin ich frei weil ich weiß die Götzen sind nichts und die Tiere die hat Gott geschaffen und die sind geschlachtet worden und ich esse das Fleisch weil es von Tieren ist die Gott geschaffen hat für mich zur Nahrung hab da kein Problem ich gebe Gott die Ehre diese dass da Leute das geschlachtet haben und bei der Schlachtung einem Götzen die Ehre gegeben haben das hat mit mir nichts zu tun aber es gibt Menschen die so ticken die ein schwaches Gewissen haben was das angeht oder ein starkes Gewissen haben was das angeht und schnell sich verunreinigt fühlen wenn es darum geht diesen Geschwistern kein Ärgernis zu sein keine Last zu sein da verzichte ich mein ganzes Leben auf Fleisch sagt Paulus was hat der für eine Freiheit um der Liebe will um anderer will nicht weil er es selber für sich gebraucht hätte sondern für andere und darin ist er ein Nachfolger Christi oder der sich selbst zu nichts machte und bereit war auf den Himmel zu verzichten um ein Leben zu leben wie ein verdorbener Mensch dem Verderben entgegengehend dem Tod entgegengehend bereit das Verderben die Unreinheit auf sich zu nehmen obwohl er von keiner Sünde wusste es war ihm ein Gräuel die Sünde war für Jesus etwas Ekliges etwas Abscheuliches etwas Abstoßendes und trotzdem um der Liebe Willen um seiner großen Liebe Willen hat Gott sich in Jesus in diese finstere eklige Welt hinab begeben und mit seiner Kraft seiner Reinheit die Unreinen rein zu machen und das ist das wunderbare er hat diese Fähigkeit sich nicht zu beflecken mit der Unreinheit und in Jesus können wir tatsächlich auch wie Paulus sagt ich habe die Freiheit ich werde nicht verunreinigt von diesem Essen sondern ich kann das essen ohne unrein zu werden weil mein Herz rein ist gereinigt durch Jesus Blut gereinigt durch seinen Geist gereinigt durch den Glauben bin ich gereinigt und geheiligt durch den Glauben an Jesus aber es bleibt bestehen in 1. Timotheus 5 das Gebot zur Heiligung bedeutet aber auch für uns immer wieder zu prüfen wo welche Linie darf ich nicht überschreiten damit ich mich nicht eins mache mit der Sünde und das steht hier in 1. Timotheus 5 Vers 22 sagt Paulus zu Timotheus den ersten Teil des Verses lasse ich mal weg er sagt zu ihm habe nicht Teil an fremden Sünden bewahre dich selbst rein und Paulus wird in 1. Korinther 10 sagt er ganz klar oder in 1. Korinther 8 sagt er wenn du zum Markt gehst und da liegt Fleisch aus das verkauft wird du brauchst nicht nachzufragen wo kommt das Fleisch her du kannst es einfach kaufen du kannst es essen du kannst Gott dankbar dafür sein weil Gott es geschaffen hat und Gott es dir gibt du machst dich nicht eins mit dem Götzendienst der dahinter abgelaufen ist bei der Schlachtung aber es gibt eine Situation sagt Paulus in 1. Korinther 10 wenn du dich mit hineinsetzt in den Götzenopfer Tempel in den Götzentempel am Götzenopfer mal teilnimmst du begehst geistlichen Ehebruch wenn du mit den Götzendienst feierst pass auf es gibt eine rote Linie wo du in den geistlichen Ehebruch hineingeführt wirst in 2. Korinther 6 sagt Paulus geht nicht zusammen mit dem Ungläubigen in einem Joch mach dich nicht eins mit der Sünde eines anderen du kannst dich verbinden auch als Christ immer noch kannst du dich verbinden mit der Sünde und dadurch wirst du verunreinigt unsere Haltung sollte sein wir wollen mit Gott verbunden sein wir wollen mit dem heiligen Gott Gemeinschaft haben wir sind Kinder Gottes er hat uns gerettet er hat uns gereinigt durch sein Blut wir sind gereinigte Kinder Gottes heilig durch ihn heilig gemacht und wir wollen ein heiliges Leben führen was ihm würdig ist das bedeutet für uns mit ihm zusammen können wir als heilige Kinder Gottes in diese Welt hineingehen und werden nicht verunreinigt dadurch wenn wir irgendetwas berühren etwas unreines einen unreinen wir werden nicht verunreinigt dadurch dass wir irgendetwas anfassen irgendeine Sache anfassen die von außen verunreinigt nein die verunreinigung wovor ich mich hüten muss ist die Unreinheit meines Herzens aus meinem Fleisch heraus davon muss ich mich reinigen davon muss ich mich hüten das was da hochkommt an Stolz an bösen Gedanken an bösen Begierden damit muss ich kämpfen und da habe ich einen starken Helfer der mir helfen kann und helfen wird Siege zu erringen im Überwinden aber mach dich nicht eins mit fremden Sünden sagt Paulus zu Timotheus und das ist manchmal eine riesen Herausforderung und Jesus ist das gelungen er ist reingeblieben er hat sich nicht verunreinigt mit der Sünde und hat dennoch mit Sündern Gemeinschaft haben können hat mit ihnen gegessen und wurde dennoch nicht verunreinigt nein im Gegenteil seine Reinheit war ansteckend und das wünsche ich mir dass meine Reinheit in dieser Welt ansteckend wird dass nicht ich ständig damit zu kämpfen habe dass ich nicht verunreinigt werde sondern im Gegenteil dass ich andere mit der Reinheit Gottes anstecken kann die in mir ist dafür muss ich in diesem Prozess sein und bleiben in der Heiligung die geschieht auf der einen Seite dadurch dass ich mich immer wieder reinigen heiligen lasse durch das Blut Christi in der Bekenntnis meiner Sünde und dass ich mich reinigen lasse dadurch dass ich ihm vertraue dass sein Opfer genug ist aber auch dass ich mich immer wieder darin erinnere mich durch das Wort Gottes reinigen lasse meine Gedanken reinigen lasse richtig ausrichten lasse das ist gut das ist böse das möchte ich von dir das möchte ich dass du das nicht tust dass ich in dieser lebendigen Beziehung mit Gott stehe und wandle und dadurch im heiligen Wandel Tag für Tag stehe und gehe das Abendmahl steht dafür dass Gott in diese unreine Welt gekommen ist um mit uns zusammen zu essen er ist der wahre Trank er ist die wahre Speise für uns mit ihm wollen wir uns verbinden ihn wollen wir in uns aufnehmen den heiligen Gott in Christus sein Blut sein Leib für uns gegeben lasst uns das Abendmahls feiern so so